Musik Hallihallo Hallöchen, heute gibt es mein Monatsupdate. Ich habe mir einige Sachen gekauft, unter anderem eben diese Veröffentlichung. Ob sich das alles gelohnt hat, ob das alles so schön ist, wie man vielleicht denken mag, das seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Freunde des guten Geschmacks, Drive definitiv für mich die Enttäuschung dieses Monats oder auch vielleicht sogar dieses Jahres. Diesen Jahres? Diesen Jahres? So, bis jetzt. Geiler Film, aber eine unfassbar schauderhafte Veröffentlichung, wo man wirklich viel Potenzial verschenkt hat. Ich finde, das ist wirklich eine absolute Enttäuschung gewesen. Wer sehen möchte, warum, wieso, weshalb, kann das gerne in meinem Video dazu gucken. Ich habe da ein Unboxing zugedreht. Also das war nicht günstig und tatsächlich definitiv aber sehr enttäuschend. Nicht günstig und enttäuschend, das ist doch genau das, was man sucht. Old ist bei mir eingetrudelt, ist die normale Blu-Ray. Ich habe den zum Geburtstaggeschenk gekriegt. Ich mag M. Night Shyamalan Filme. Klar, Six Cents unerreicht, aber trotzdem sehr schöne Filme von ihm. Und ich mag die Art und Weise, die Erzählweise. Und ich könnte mir vorstellen, dass der mir hier auch gefällt. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung der geht tatsächlich. Dann habe ich mir natürlich geholt A Beautiful Day. Simi hat davon geschwärmt. Und jetzt habe ich gesagt, okay, dann wird der auch gekauft. Und ich hoffe, der taugt wirklich was. Habe ich mir gebraucht geholt. Oder was heißt gebraucht? Habe ich mir bei einem Drittanbieter geholt. War jetzt nicht so teuer. Ich glaube, acht oder neun Euro. Werden wir mal sehen, ob der... Ich glaube schon, dass sich das lohnt. Batman ist eingetrudelt. Kennt ihr aber auch das Unboxing zu. War ein bisschen teurer, das 4K-Steelbook. Ja, muss ich auch mal was gönnen. Zusätzlich, wenn wir gerade schon bei 4K sind, Matrix Resurrection ist bei mir angekommen. Es ist nicht der stärkste Matrix-Teil. Wir brauchen darüber gar nicht diskutieren. Es ist auch meiner Meinung nach absolut unnötig, dass man hier eben noch einen weiteren Teil nachgeschoben hat. Weil ich bin der Meinung, gerade auch, wie es dann ja auch aufgegriffen wird, man hätte es nicht machen müssen. Also es hätte gereicht, wenn wir bei Matrix 1, 2, 3 geblieben wären. Beziehungsweise ich bin ja sogar der felsenfeste Überzeugung, wenn man Matrix 1 ein bisschen länger gemacht hätte und vielleicht ein ganz bisschen mehr erzählt, erklärt hätte und ein anderes Ende gewählt hätte oder so, wäre es schon geil gewesen, nur mit Matrix aufzuhören. Also Teil 2 und Teil 3 finde ich schon sehr, sehr schwach. Trotzdem eine ganz interessante Reihe. Ich werde mir jetzt noch Matrix 1, 2, 3 irgendwann in der 4K-Version halt holen werden, weil ich das tatsächlich sehr optisch im Regal ansprechend finde und es sieht halt cooler aus. Wenn wir schon bei Trilogien sind, dann ist Star Wars 1, 2, 3 endlich bei mir eingetrudelt. Mir ist was passiert, was mir wirklich noch nie passiert ist. Also so schlimm zumindest. Ich weiß, es gibt ein Video von mir, ein Filmtagebuch, wo ich Star Wars die erste Trilogie irgendwo hier in die Kamera halte. Zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viele Filme gekauft und ich weiß, dass ich den hatte. So, ich bin mir da ziemlich sicher. Ich bin mir aber unsicher, ob ich den verkauft habe oder so oder ob ich den einfach noch nicht finde, ob ich zu blind dafür bin. Und ich wollte den gucken. Ich bin runtergegangen, habe gedacht, okay, jetzt hole ich mir den Film aus dem Regal und ich habe ihn einfach nicht gefunden. Und ja, jetzt habe ich ihn aber. Also jetzt ist er da und jetzt werde ich mir den ganz entspannt mal angucken nochmal, denn ich kenne ja tatsächlich Episode 1, 2 und 3 nicht. Das ist für mich also eine Erstsichtung. Ich bin sehr gespannt, wie mir das gefällt. Dann geht es relativ schnell weiter mit Mediabooks. Ich habe mir irreversible gekauft. Ich, äh, von wo ist er überhaupt rausgekommen? Studio Kanal, ich weiß nicht, wer da zusammengearbeitet hat bei der Veröffentlichung. Das ist, äh, Omega Pictures. Okay. Ja, für mich aber tatsächlich ein Film, der auf jeden Fall ins Mediabook gehörte. Einer der Filme, der auf jeden Fall meine Filmleidenschaft mitgeprägt hat. Äh, Erzählweise, auch von der Art und Weise, wie es schockiert wird. Auch jetzt hier Leute, die den Film ja kennen, wissen genau was. Das ist quasi eine Millisekunde vor dem Drama. Also dieser Film ist wirklich, wirklich heftig und hat viel, viel, viel bei mir ausgelöst damals. Äh, gefühlstechnisch, aber auch wirklich was meine Art und Weise der Filme beeinflusst, die ich dann gucke auf Dauer. Ist ein wichtiger Film und kommt deswegen definitiv in die Sammlung. Oder ist deswegen definitiv in die Sammlung gekommen. Wo machen wir es denn hin? Machen wir ihn hier. Hier kommen die Dinger. Ähm, bei einem anderen Film, da, das war ein Impulsivkauf, aber ich fand das Artwork sehr cool. War Link der Butler. Ich hab mir gerade erst die normale Keepcase-Vongebung geholt. Aber, ähm, ich fand das Artwork wirklich cool und hab gedacht, ach, weißt du was, dann sieht der auch nicht so langweilig alleine im Regal aus. Dann holst du doch den passenden Link der Butler dazu. Hab ich immer noch nicht gesehen. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Das ist, wie gesagt, hier so ein kleiner Spontano-Kauf gewesen. Ein Kauf, über den ich länger nachgedacht hab, war tatsächlich Convent. Bis in alle Ewigkeit. Ich find den Film wirklich schlecht. 2000-Horrorfilm, ähm, stand damals nur in den Videotheken rum, in einem 18er-Bereich, immer so eine DVD und war aber, hat einen gewissen raren Kultstatus. Also war tatsächlich auch ein bisschen teurer und war irgendwann immer mal wieder weg. Ich, äh, hab mir den dann irgendwann gekauft und angeguckt und war so, boah, also geil war das alles nicht. Aber irgendwie hat's gereicht dafür, dass der so ein Hype bei mir im Kopf ausgelöst hat, dass ich den unbedingt im Mediabook haben wollte. Dann hab ich erst gedacht, ach, brauchst du nicht. Dann hab ich doch gedacht, ach shit, ich will ihn doch. Dann war mein Wunschcover ausverkauft. Dann hab ich ihn schnell noch gekauft. Ja, das ist jetzt die Veröffentlichung, die ich mir ins Boot geholt habe. Relativ teuer, ich glaube 33 Euro oder so. Ja, dafür war's halt ein Film, auf den ich mich irgendwie gefreut hab und halt kein Re-Pack, also wirklich eine Blu-Ray-Premiere. Aber das Cover, muss man auch sagen, genauso scheiße, wie das Cover aussieht, auch hier mit diesen kleinen Effekten drauf. Eigentlich genauso kacke ist der Film halt auch. Also das ist echt kein guter Film. Schlecht gealtert. Ach, da ist eigentlich, glaub ich... Ich bin echt gespannt, was mein Rewatch dann sagt. So, schicken wir mal alles ein bisschen weg. Jetzt kommt mein kleiner Promo-PR-Stapel. Ich hab nämlich ein paar Sachen bekommen. Ähm, zeige ich euch trotzdem. Children of Man, das Mediabook. Das, äh, weiß nicht, ob ihr das Unboxing schon gesehen habt oder so. Dann, äh, wenn ja, ja, nein, vielleicht. Dann werdet ihr's vielleicht noch nachholen. Police Story 2 Mediabook und Police Story 1 im Mediabook. Hier, wie gesagt, witzige Anekdote. Ich weiß nicht, ob ich's schon mal irgendwo erwähnt habe, aber ich war ja, ähm, bei Nameless zu dem Zeitpunkt, wo hier, der angeguckt wurde, ob der, wie der Ton so ist. Und, äh, war tatsächlich bei dem Prozess mit dabei. Und das muss ich sagen, ist einer meiner absoluten Kindheitsträume gewesen, ne? Also tatsächlich bei einem Film von Jackie Chang dabei gewesen zu sein und einen Prozess mit begleitet zu haben, sogar auch einen Tonfehler gefunden zu haben, das war wirklich sehr, sehr cool. Hat mich unfassbar glücklich gemacht. Und der Film ist natürlich auch der absolute Hit. Also Police Story 1 und 2, wirklich für mich kleine Meisterwerke. Ähm, nicht die besten Filme, aber was so dieses, äh, chinesische Actionkino angeht, definitiv kleine Meisterwerke. Empire of Lust hab ich euch auch schon vorgestellt. Das Ghost Trip Mediabook kennt ihr natürlich auch von mir. Und Double Vision hab ich euch auch schon vorgestellt mit dem sehr coolen Artwork, wie ich finde. Auch dazu gibt's ja ein Unboxing. Das heißt, das hier war PR. Und, ähm, ja, ihr seht auch hier wieder, also der Monat hat wieder ein paar Sachen dazubekommen, auch ein, zwei teurere Editionen, aber es ist tatsächlich, ich hab's versprochen, ich hab's gesagt, gibt natürlich auch jetzt gerade andere Beschäftigungen bei mir, die viel Geld und Zeit kosten, aber ich, ähm, ich versuch das ein bisschen runterzufahren und wirklich nur noch das zu kaufen, worauf ich wirklich Bock hab und was ich auch gucken will. Und man sieht's zum Beispiel, werdet ihr in meinem Tagebuch sehen, äh, Top Secret zum Beispiel hab ich mir wieder gekauft, ja, vor dem letzten Monat, und den hab ich schon jetzt wieder auch wieder gesehen. Also es ist tatsächlich das, was ich kaufe, guck ich gerade auch, was ich ganz cool finde und was eigentlich ja der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, wie man's macht, ne? Was habt ihr euch denn zuletzt gekauft? Was sagt ihr zu den Covern, zu der Auswahl? Ähm, ist euch aufgefallen, dass wir heute im Weitwinkel gefilmt haben? Ich weiß, es ist nicht 100% perfekt, ich bin selber unzufrieden damit, ich hab dummerweise mein Handy ein bisschen kaputt gemacht und das ist jetzt gerade so, ah, meine Hauptaufnahmequelle und ich, äh, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ich weiß auch nicht genau, wie ich das mache. Ähm, ja, was habt ihr euch gekauft? Was sagt ihr zu den Covern? Gibt's was, was ihr vermisst hier bei meinem Update? Warum, vielleicht wo ihr sagt, ey, warum hast du dir nicht das und das gekauft? Ich freu mich über eure Nachrichten, ähm, vielen Dank auch an alle, die mir zum Geburtstag gratuliert haben und, ähm, ja, wir sehen uns bald wieder. Tschö, bittö. Tschö, bittö.